Herzlich Willkommen zurück zu Elan Einfachgeworfen In der U-Bahn-Station Hör mal da raus Was ist das denn hier? Hohe Münzen Ich muss ganz kurz sagen, der Sascha hat eigentlich nie die Amput-Reaktion gemacht, wenn ich jetzt nicht so schnell reagiert hätte Schau mal hier Alter Hallo 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 Der Dustin Und unser Oberträter Guten Tag, Guten Tag Hör mal da, ich bin doch hier der Daraus hab ich ja gesagt Bronzel, 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 Bronzel Hilfe Was? Was denn gar nichts? Nichts, warum? Was ist los? Ey hör mal auf Also, Bronzel liebt euch den Enten immer bisschen Ne Bronzel ist nicht mein Typ, sorry aber Dein Typ Ich fahr mit dem Zug weg noch zu lachen Welcher Zug? Ist das nicht ein Zug hier? Ist das, ist das ein Zug oder ist das kein Zug? Aufm Klo Der Nice Beach gelang, Lauf Kevin war scheiße, ob das angehörtet Weil ich grad von der Granate vom Dennis getroffen wurde, diese Discombulator Guck mal hier, geh mal durch man Ja ja geh mal dahin, das ist bestimmt lustig Und sowieso der Zug, wenn ich jetzt hingehe Ja da kommt auch ein Zug Erst auf dem Zug? Zug, hallo Wieso, wieso schießt du? Hier kommt gar kein Zug Alter, da brauchst du was mit dem Zug passiert Da steht jemand Mann! Scheiße ey Fuck Ich dachte schon die ganze Zeit, äh, Dustin wär das Weil die ganze Zeit sich so verdächtig verhalten hat Echt? Schön Sascha Hör mal der Saschi, ne? Der Saschi Warum kommt denn hier kein Zug? Weil die streiken Ein Zug fährt nach nirgendwo Was? Und dann kommt der Curry Aufm Klo Es fährt ein Zug Nach nirgendwo Mit mir allein als Passagier Passagier? Passagier Boah, ich bin im Train, Mann Lasst uns mal bitte alle munter sein Und fröhlich gegenseitig ermutigen Ach Alter, das ist doch kacke Das ist kaputt You are an innocent Ja, das Spiel weiß halt was gut ist, Patrick Patrick ist immer der Gute Achso, ja, stimmt Wer verkloppt hier irgendwelche Sachen? Ja, ich hör's auch, ich hör's auch Na Mann! Toilettenpolizei, sie wurden erfüchert hat Habt ihr wie sie die Hüte geschlagen haben Lass die Hüte Hüte sein! Der Patrick einmal mit seiner Zunge durchs Pissoir Ja okay, wo ist denn das? Ich hab ein Hüte für dich Boah! Ich hab ein Hüte für dich Guck mal, es war einmal ein Hüte Das wollte nicht mehr leben Es ging vor lauter Angst Aua, Thorsten schießt Thorsten schießt Thorsten schießt Sehr schön, sehr schön Curry Das hast du nice gemacht Hä? Äh, Kettensäge! Alter! Wir sind Kettensäge-Mörder irgendwo! Pass auf Patrick! Der ist hier rechts in den Gang reingerannt Da in den Gang ist er reingerannt Mach du mal, ich hab keine Waffe, ich hab nur die Pistole Warte mal, wie viele? Da, da, da! Bronze, hau ab! Bronze, pack die Säge aus Du kamst gar nicht von da hinten, hau ab Ja, ich kam doch grad da her, Mann Ja, du lachst doch wieder zum Dreckchen Sag mal, wir leben jetzt noch Ich komm her und die verdächtigen mich direkt wieder, weißt du Wo ist denn der Dennis? Den Dennis will ich noch finden Das hier ist Talente Thorsten Bronze? Okay Patrick, du bist safe, ne? Ja, ja, du bist ja, klar bist du safe, weil der andere hatte ja grad ne Kettensäge Okay, Patrick, bleib doch hier, Mann! Ja! Ich will ne Waffe finden Ja, hier gibt's noch eine Ich weiß, hier läuft irgendwo so ein Irrer rum, oder? Ja, das bringt bestimmt dann viel alleine rum zu rennen Ja, aber Okay, komm, wir gehen gemeinsam auf Tour Okay, ist klar Moment, ich bin nicht, ich bin nicht so groß wie du So Lol Ist hier keine Waffe? Dennis? Ah, ah! Was, das bist du? Das bin ich! Wenn wir Dennis sehen, dann können wir den abschließen Da ist Bronze! Ah, nein! Okay, Bronze ist jetzt sowas von Nee, ich bin's nicht Nee! Curry hat ne, Curry hat ne, Curry hat ne Ich nicht Ja, ja, klar Ja, ohne Scheiß, Paisel, pass auf Bist du tot? Curry? Nein, Mann, ich lebe noch Marie Curie? So, töte mich Ah! Du bist so scheiße Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wenn du Bronze siehst, er schießt ihn Patrick! Nein! Boah! 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 Sehr schön Alter, ich hätte so gelacht, wenn das Patrick gewesen wäre Alter, ich wollte gerade noch die Shanes da auspacken, Mann Alter, wie sich das angehört hat eben mit der Kettensäge Ja, ich stehe da auf einmal Geh weg! Tu dein Ding da weg! Komm her! Komm her! Oh Curry, Schnitzel ist Hör mal, jetzt gib es mit Wurst Oh Juuu Krieg mir noch besser hin, ey Aber ich hätte gern ein Wettbrötchen Krass, ey Jetzt muss ich nur noch Dennis deine Leiche finden Dann guckst du da unten und du guckst sie genau an Aber du läufst dann vorbei Ich nehm mir auch so, jo Die war so unscheinbar Ich hab den Namen nicht gesehen, leider Hier steht ne U-Bahn Nee, in der U-Bahn-Station steht ne U-Bahn Hallo, ey, hau ab an Ey, wer auch Sorry Dennis Sorry Sorry Das war noch zu Du kannst mich auch einmal auf den Fuß hauen, komm Hau mir auf den Fuß Aua Bin ich so wie du Curry Ey, das war aus Versehen Hi Fahrkarten bitte Fahrkarten Die Fahrkarten bitte Dennis, schieß mal bitte Schießen? Schieß mal Oh sorry Ja, nee, jetzt hast du geswitcht Hier Ja, ja, komm Ja, ich sag etwa nix, ne Das war ne Smoke Haha, wir müssen jetzt aufpassen Kannst du glauben oder nicht? Nämlich die Diegel geswitcht Ich hab die Diegel? Alter, hier Ha, Curry Ha, Curry Immer dieses Unterstellen Guck mal Bronze Hier ist ne Mülltonne Ich bin ja so ein böser Mensch mehr Denk mal Ist das nicht deine? Ah ne, die war blau, ne Ist das nicht ein Alter Das den, warst du das? Das den, was hast du da hingeworfen? Oh, das den Ich hab das auch gesehen Eine fette Gravity Eine fette Gravity Granate Das den, lass das mal ausdiskutieren Ey Ey, komm Das den oder Public, wer war das? Nein, ich hab das den auch gesehen Ohne Scheiß Das den Hä? Ich hab nichts gemacht Ich hab nix gemacht Ich war noch nicht mal im Shop drin, ey Wir sagen, dass du nix gemacht hast Was würd ich jetzt auch sagen? Was für ein Shop, man Wie du warst nicht mal im Shop drin? Nein Nein, ich sterbe hier Ich sterbe hier Nein Dieser Satz ist höchst verdächtig Ich sterbe hier Ey, wo denn? Leute hier unten Ja, dann sterb doch Stell dich doch nicht so an Hier bei der Bahn Ja und? Was machst du denn da? Mein letzter Wille Hä, was denn? Oh, oh Oh Scheiß Oh Scheiß, Dennis mein Willen Ist Taro ist jetzt endlich tot Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Dein Ernst Sascha Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Dein fucking Ernst Sascha Ich stelle dich genau vor Sorry, Dustin Ey, heute sind wir echt verpeilt, ne? Moment, lass ab Ich hab dich ja auch schon einmal mitgenommen Mit dem Bellen Launcher Aber das... Oh, Sascha ey Dennis Hast du denn gerade ne Baby... Ne Babydings in Amerika? Ne, hatte ich echt nicht Curry Ne, weißt du wie geil das aussieht Du hast so die... Die Kiegel Und dann sag ich Schieß mal Auf einmal wechselt er die Waffe Und dann nochmal, weißt du? Ne, hab ich echt nicht Ey Sascha, du Vogelmann Ich seh nur Ich seh nur, wie da aus dem schwarzen Loch erst mal ne Melone rausflutscht So weißt du Was? Du siehst wie aus dem schwarzen Loch ne Melone flutscht Wir lassen das Wir reden noch mal hier hin Ja, Sascha Echt Aber okay Man muss... Man muss ganz kurz sagen Nicht dem Sascha böse ankreiden Weil ich hab ihn ja auch einmal gekillt Ja, das... Das war grad einfach nur aus der Panik raus Weil ich gestorben bin Das war schon so... So BOOM Hä? Wieso denn? Der war doch Traitor oder nicht? Jaja, ich war Traitor Aber der Dennis auch Und ich war ein Traitor Aber ich hab eben meinen eigenen Traitor-Kollegen umgebracht Das war halt... In dem Moment halt aus der Panik heraus Aber ist egal, kommt mir egal Passiert Wenn ein Zug nach Currywoh Wolle Schrotflinte Skandal Im Hexenhaus Im Zug Skandal um Curry Skandal im Po Was? Was? Wolle Sicher ist da eine Schrotflinte noch? Was? Äh... Weiß es nicht Ich wurde grad nur wieder weggesprengt Dori 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 Rissen Mit der Spieler nicht mit Dori 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 Rissen Glauben nicht? Ne Dori 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 Rissen Warte mal... Pass auf Guck mal der ist da rüber geflogen Alter Bronte Geh mal weg da WTF Alter Pass auf eine Granate Von Talente Von Talente Von Talente Das ist ja wie so ein Spanier alter Der einzige Typ Dustin hat gerade gelogen Er hat gesagt er hat keine Granate geworfen Obwohl er eine Granate geworfen hat Warum redest du so so schnell man Ich muss ganz viele Informationen Hey was ist denn hier los? Patrick Wer ist da gerade reingelaufen in den Stadt Hey Dustin Warum hast du die Granate geschmissen Und so hast du dann gelogen Ich habe keine Granate geschmissen nochmal Du warst der einzige der hinter mir stand Nein, nein, nein Alter wo bin ich denn? Hast du... Wo? Hä? Alter Was war das denn alter? Nein Oh mein Gott Boah Talente hat hier hoch gehört Da ist eine Leiche Tu die Waffe weg Leg die Waffe weg Leg die Waffe weg Wie kannst du nur? Patrick Alter schaut doch man Ich komm nicht hin zu Nein Nein Ey Bronze Wer hat mich getötet Talente? Wer ist denn Talente? Ja Was war das denn? Alter Mein Herz Das kannst du nicht machen mit mir König warst du Tracer? Boah Ich habe mich selber gesprengt ey Du Arsch Boah diese Melon Lounge hat ja so wie Power Boah Ich steh da nur so rum und plötzlich mal Boah Ich hör gar nicht vor voller Scheißdinger aus Boah Boah Scheiß Sag mal Alter Alle drei mit der Chainsaw geholt Boah Ist das schon ein Messer Alter diese Diese Melon Lounge Ey das ist so krank Er wird jetzt grad Talente getötet Ja Taros hat alle weggeschlätzelt Was sind für Talente immer wo ist das los? Was ist das los? Talente Thorsten Boah Leute ey Genau wie Studio und und Was hat er noch abgekürzt? Schnauze Der mit seinen Abkürzungen die ganze Zeit Pass auf Talente Was ist das los oder das? So was ist das los? Ja das Leben ist kurz ne? Der Talente Ey Leute müssen Wir müssen uns mal ein bisschen Zeit lassen Weil wir Wir sind erst bei 8 Minuten Oh Dennis wäre zu verlockend Voll das Geschnetzel hier Oh Mann ey Respekt an Talente Ja hat er echt krass gemacht Bei wem bist du? Alter Ey Da ist jemand gestorben Alter hier ist Dennis Ja Dennis Ey ey Stopp Komm Hier liegt ne Leiche und du kommst hier raus Ok Curry ist schonmal safe Alter 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 Ich versuche ja vor die 6 zu rennen Aber irgendwie geht das nicht Ja ich bin eh innocent und du kannst rennen wie du willst Ey 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 Was war das Mann was war das? Curry Curry lebst du noch Mann Wer hat die hat Alter was sind die Talente weg Back Was? Ich werde jetzt Leichen confirm und du gehst in Deckung Vorsicht Mann Falls ich jetzt sterbe Hier sitzt einer Hey Ey Warum geht das denn nicht? Ey Curry Das war ein mega random kill Ey wieso random kill? Weil der Patrick auch noch da drin war Du hast mich gesaved Mann Ja den habe ich aber nicht gesehen Ja aber du kannst doch nicht einfach Da hätte doch Da hätten auch 10 Leute um die Ecke stehen Hä nein Mann Das war ne Toilette Wer soll denn da sonst noch drin stehen Ja aber du musst doch erst gucken Guck mal Du standst da und da ging es noch herum Und so da hätten noch 2 Leute mindestens Alter wenn du da rauskommst und du sagst nicht dass der Sascha tot ist dann ist das doch klar dass du wenigstens auch mit Trader bist Es ging so schnell Ja aber den habe ich nicht gesehen Ja aber du kannst ja dann nicht Selbst wenn es Ja natürlich Weil es in dem Moment mega so aussah Du Kannst halt nie 100%igen Beweis haben Mann Ja aber selbst wenn da noch einer stand der auch Traitor war dann seid ihr beide Traitor gewesen aber du bist ja trotzdem dann rausgegangen ohne dass du was gesagt hast so weißt du Ne das waren Millisekunden Bronze Millisekunden dazwischen Okay Aber ist ja egal jetzt komm Ich darf nichts sagen sonst gibts wieder Ärger von Hör auf sie rumzuheulen und spielt man Oh Ansage Du das Ding ist wenn ich das mach Bronze krieg ich immer mega Hate Ja aber es war berechtigt Ne war es gar nicht Wow Hallo 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 Aber ist nur ein Spiel komm egal Egal weiter Ja ne aber Du meinst ja Die Kunde kriegst du zurück in deinen wunderschönen Aftercurry den ich ja bleachen lassen wenn wir nicht mal reißen Ansage Aber wer jetzt hier wieder disliket ja und da rummäckert Sorry dann guckt euch dieses Let's Play erst gar nicht mehr an weil dann Okay ich glaube ich habe ich nämlich gar keinen Bock drauf wieder Ne aber wir können ja festhalten dass wenn wir innocent sind bevor wir sind Ne ne aber ich Können wir ja trotzdem festhalten Ja aber man muss ja ganz kurz sagen Ja Dass wir dann erstmal Indizien sammeln weißt du Ja ja Wir brauchen ja nicht immer sofort losballern Fertig Das ist das was ich meine weil guck mal wir haben nur noch eine Runde So und dann sind die Folgen immer zu kurz und dann steht bei mir Disslike weil die Folge zu kurz ist So und das Ding ist aber Ähm ich will jetzt hier nicht mal rumheulen und so Ja aber das Ding ist die Leute machen sowieso ein Dislike bei mir egal was ich mache Weißt du So und das Problem ist einfach ich würde mir einfach ich versuche einfach diese Spielmechanik wieder hinzukriegen wie früher Dass man nicht einfach ballert und das war schon öfter wieder so So und das ist einfach nur meine Meinung und wenn man jetzt sagt Dann hab ich das Spiel nicht verstanden weil TTT grad so ein Spiel ist wo man ja viel diskutiert eigentlich auch Das ist ja auch nicht ernst oder böse gemeint sondern man möchte das ja einfach nur erläutern Ja wir haben ja im Vorfeld ja auch gesagt dass wir jetzt halt bevor wir als Innocent schießen Die Beweise haben müssen So weißt du Aber ja Ist halt manchmal schwierig ne Hat der Curry gerade gesagt warum hab ich kein Geld Hm Nein Gar nichts gesagt Oh C steckt gerade bei mir Das ist blöd Ich hab doch gehört wie einer gesagt hat warum hab ich denn kein Geld Hä Das können doch nur Traitor sagen Ja oder Bronzo Ja der Bronzo Ja der Bronzo Ich hab keine Coins Der Bronzo hat ja mit mir gesprochen der kann es gar nicht gesagt haben Oder der Bronzo Ach nee echt jetzt Oder hab ich was falsches verstanden Na ja Ja man die meinen weil ich so ein armer Typ bin weißt So 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 Also das hast du jetzt gesagt Ja Also liebe Zuschauer nicht wieder rumholen und disliken sondern einfach die beiden Seiten immer verstehen ne Nicht nur immer sagen der Dennis der Böse Weil wenn der Curry mit einem Kill macht oder jemand anders ist er auch mal der Böse Von der Augen nach Wir sind alle böse Hallo Sascha Ich weiß dass der Kill jetzt nicht unbedingt schlimm war aber wie gesagt man hätte sich erstmal vergewissern können ob da noch jemand steht Kevin Ja was Ich bin grad bei Kevin also er hat ne Shotcut und guckt mich ganz böse an Oh guck mal wie böse ich dich angucke Boah Dennis 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 Alter! Alter, das Ding ist so OP, Alter. Waaah! What the fuck, Alter? Alter, das ist so ertrieben, ey. Guck mal, wie es hier aussieht. Oh, Mann! Alter, voll das Gemetzel. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Ionen-Karte. Oh, krass, ey. So, und in der nächsten Folge geht's noch weiter mit TTT. Oh, Leute. Und bitte seid nicht allzu sauer. Ja, wenn man da ein bisschen Kritik mal äußert. Auch bei mir selber machen die das selber. Kritik, Torsten. Ich fand auch... Ja, aber man muss trotzdem auch mal seine Meinung äußern, ne. Und bitte nicht wieder sagen... Wenn ich zu rissen, der schreit, du Wichser! Dann macht es einfach und rubbelt euch den kleinen Pillemann. Willst du halt? Tschüss! Der ist gar nicht rein. Oh. Sag auch mal schön. Tschüss. 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 Juck keinen, Patrick. Juck keinen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.